Lange habe ich die Ankunft furchtloser Champions erwartet. Seht, die Halm der Tapferkeit. Geht um. Ich habe die Töne umgekehrt und ich bin der Kugel und ich habe die Kugel. Ich habe die Kugel und ich bin der Kugel und ich bin der Kugel. Das ist ja auch die Kugel. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Wohl an. Ich werde selbst euren Wert prüfen. Wohl an die Bühne. Wohl an die Bühne. Die Bühne wird aus euren Armen laufen. Der Feuerwehr soll losgemessen werden. Ein glorreicher Kampf. Ihr dürft marschieren. Vor euch liegt eure nächste Prüfung. Besiegt Fir'ja und Fenrir. Beweist mir, dass ihr würdig seid. Flosgett. Versteigt! Ruf! Das war's für heute. 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 In euren Prüfungen habt ihr Stärke, Geschick und Verstand bewiesen. Ich bin nicht mehr anwesend. die nur die größten oder Ewigkeit einsetzen. Nun werdet ihr euch mit ihnen messen. Seid ihr sichtreich, so könnt ihr eure Trophäen beanspruchen. Ich gebe nicht dem Abgrund hin. Ich werde euren Tod genießen. Ich bin der Schaubbe. Verlässt mich! Wo Sie gescheitert sind, werden wir bestehen! Ich bin geschlagen! Es scheint, ich habe euch unterschätzt. Dem Sieger seine Beute. Die Aegis von Agrama soll euch gehören. Nein! Auch ich habe mich bewiesen, Odin! Ich bin Gottkönig Skowald! Diese Sterblichen werden mir die Aegis nicht streitig machen! Die Sieger haben ihren Anspruch geltend gemacht, Skowald, wie es ihr Recht ist. Euer Protest kommt zu spät. Wenn Sie die Aegis nicht aus freien Stücken übergeben, dann soll Ihr Tod mir diesen Dienst erweisen. Gebt die Aegis auf oder sterbt! Sieger stehen! Sieger stehen! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Das war's für heute. höchst beeindruckend ich hielt die kräfte der wallach ja stets für unerreicht und dennoch steht ihr hier vor mir eine letzte prüfung erwartet euch noch ich triumphiert ihr werde ich selbst euren namen in diese heiligen hallen meißeln und euch eine würdige belohnung gewähren oder ihr spürt hütet euch jeder gegner hat eine schwecke ich finde ich gebe auf ihr seid wahrhaft bemerkenswerte kreaturen nun wie versprochen eure gerechte belohnung so 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 so